Stranded Deep, schauen wir uns an, gemeinsam, im Let's Fuchs, ab mein Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und ich guck mir das jetzt mal an, ich hab noch keine Ahnung, neues Spiel. Äh, Welt bereits vorhanden, zufällig. Machen wir eine zufällige neue Welt. Oder es ist Einzelspieler, es geht Koop, aber nur am selben PC. Wildtiere, Normalgeschlecht, männlich. Kubernete, Tod, aus, auf geht's. Ja, wir fragen ja frisch an. So, wir gucken mal, wo die Reise hingeht, worum es hier geht. Wolang es nicht so lange dauert, wie bei Seven Days to Die, das Feld der Stellen, ja. Zehn Minuten, viel Stunde gedauert. Das war recht lange. Der Klassiker, also ich bin auch immer im Privatschein unterwegs und stützt dann ab. Was passiert mir eigentlich jedes zweite Wochenende? Vor allem, dass ein Loch reingerissen wird, das passiert grundsätzlich auch immer. Ich bin schon dran gewöhnt. Ich kann nichts machen übrigens, außer, dass ich jetzt rausgesaugt wurde. Wahrscheinlich mit einem Kopfschlag bewusstlos wurde. Okay, also das... Ich weiß, die wollen das toll inszenieren, aber... Dass es dann grau wird und dann erstmal der Ladebildschirm wiederkommt. Pfff, haben wir hier die Playstation 3 Version oder was? Ist das noch Early Access eigentlich oder ist es schon raus? Ach ja. Ach ja, toll. Und mein Raumschiff ist jetzt weg. Raumschiff, mein Flugzeug ist jetzt weg. Und ich sitze jetzt hier drin. Drücke E, um das Paddel zu nehmen. Welches Paddel? Der Floßlager, okay. Ah, da. Und das Paddel mit dem Rettungspot zu steuern. Ja und wie? Ah ja. Okay. Aber ihr könnt es das aussuchen. Hier gab es mehrere Strände, ne? Mehrere kleine Inseln gibt es hier. Würde ich es gerne beenden. Ah. Muss ich das hier festhalten? Oder? Ja, ich glaube. Das haut mir doch sonst ab. Ich versuche mal ein Lonze Paddel damit. Okay. Hm. Okay. Hm. 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 Okay. Du? Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Ja. Drücke Zähl, um das Herstellungsmenü zu öffnen. Ja. So, drücke Zähl. Äh, stelle mit Hilfe des Herstellungsmenüs ein Steinwerkzeug her. Oh Gott. Ja und wie? Okay. Ah, jetzt geht's. So, markiere im Herstellungsmenü die Anleitung. Das ist ein verfeinerte Messer. Ja. Das ist ein verfeinerte Messer. Ich drücke den Right-Mouse-Button. Das ist ein verfeinerte Messer. Da fehlt uns ein Seil. Ja. Verbrauchen wir Schnur. Und die Schnur kriegen wir wahrscheinlich hier raus. Sollte, hier war doch Schnur drin. Ja, weiß ich nicht. Aber wie komme ich an mein Inventar ran? Kann ich das Floß wegpacken? Da. Ja, ich habe kein Seil. Wie soll ich einfach ein verfeinertes Messer herstellen ohne Seil? Ihr seht schon, ich bin sehr skeptisch. Boah, lehren wir alles mit. Boah, habe ich nicht irgendwo Hunger oder so? Also, ich sage mal, grafisch. Ist, ist okay. Ah, ah. Ist jetzt kein super Überflieger, ist aber auch nicht grottenschlecht. Kann ich tauchen? Na, jo. Ich meine, wir haben... Ich meine, das ist kein Subnautiker. Ja, das ist... Vielleicht nochmal eine Nummer besser. Aber es geht auch, wie gesagt, schlechter. So. So, stell dein Feinds Messer her. Dafür brauche ich Seile. Bringt irgendwie nix. Ich habe nur eine Grabe gekillt, eine Bituelle. Also, wenn ich paddle ich mal da rüber. Da drüben ist noch ein Boot an Land oder so. Da ist noch was. Man kennt es. Man ist gestrandet. Am Strand. Der Name schon sagt in diesem Spiel. Flugzeug ist abgestürzt. Man will etwas in die Tasche packen und sofort ertönt ein... In euren Ohren. Dann schmeiß halt was weg. Ich kann nichts wegschmeißen. Auf C, auf V vielleicht. Nein. Auf Y, auf B, auf T, auf... Ah, da ist meine Uhr. Auf F. Auf H, auf K, auf L, auf O. Das macht hier so viel Spaß. Ich glaube, ich lade das gar nicht jetzt bei YouTube hoch. Das ist... Ich weiß nicht. Das ist hier Early, Early Access. Also... Ja, ich kann hier nichts wegschmeißen. Mir wird hier nichts erklärt. Und Tutorial, ich kann das nicht essen. Ich müsste wahrscheinlich erst kochen. Ich habe zu viel aufgenommen. Ich habe keinen Platz mehr frei. Dann lass mich das doch wegschmeißen, liebes Spiel. Steuerung. Also, Tutorial für den Arsch. Das geht schon mal gut los hier. Eingabe. Im Controller werde ich es garantiert nicht spielen. Das ist ja wie das Arme in der Kirche. Springen, kriechen, Gegenstand benutzen, aufheben, tauschen, ablegen. Das ist cool. So. Soll ich mal aus dieser Kiste dieses Seil wieder... Oh, Moment, da. Über Minecraft. Ja, ich habe nicht viel Minecraft gespielt hier, OJäger. So, also das Seil hier bitte. Jetzt Tab. Ne, C. So, drücke Left Mouse Button, um zwischen den Uhrenmodi hin und her zu wechseln. Drücke F. Heute die Krabbe mit dem verfeinerten Messer. Ja, und wie? Wahrscheinlich ablegen. Alter, ihr, um zu häuten. Baue ein Lagerfeuer zusammen. Stelle Anzeltelze her. Zünde das Lagerfeuer mit dem Anzeltelze an. Koche das Krabbenfleisch, indem du das Lagerfeuer befestigst. Okay. Also. 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 Baue ein Lagerfeuer zusammen. Eigentlich Feuerstelle, oder? Lagerfeuer zusammen. Stelle Anzeltelze her. Zünde das Lagerfeuer an. Koche das... Ne, nur normales Lagerfeuer steht hier. Naja, Feuer. Okay. Also wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das ist natürlich keine Axt. Mit dem können wir den Fikus hier nicht wirklich... Aber in der Planke können wir da auch kein Answort. Ne, ne. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Das war ich ganz ehrlich. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, wir können ein Lagerfeuer bauen. Wobei ich jetzt wahrscheinlich keinen Platz mehr für habe. Okay. Stelle Anzeltelze her. Äh. Wo auch immer die sind. Ah, da. Machen wir nochmal Holz. Ganz halt übersehen. Das ist gerade gespawnt. Aber es ist gerade gespawnt. Okay. Erst hatte ich keinen Platz, weil... Und jetzt? Oh, ich muss echt wirklich nichts in rechts drücken, ne. Mach ich mal die Maus kaputt. Okay. Koche das Krabbenfleisch. Oder das Krabbenfleisch da. Woher weiß ich, weil es gut ist? Pflücke eine Kokosnuss. Was? Ich soll hier... Sagen die Grußungsmittel mit einem verfeindeten Messer auf dem Ziel zu öffnen. Schneide die Palme mit einer Axt und schneide das Seil zum Palmenwedel. Ja, wie soll ich denn die Axt bekommen? Moment. Die große Axt, also ein Stein. Das ist ein großer Stein, oder? Fasst so aus. Holz und Seil. Ja, ich habe doch kein Seil mehr. Fälle eine Palme mit der Axt und schneide die Blätter zu Palmenwedel. Baue einen Unterschlupf. Ich habe doch gar keine Axt. Schweige denn Seile. Und warum halte ich immer noch die Kokossoße in der Hand? Ach, schmeiß die weg, ey. Kann ich nichts tun. Also es kann sein, dass man hier ein bisschen mehr drin ist, dass man hier richtig viel Spaß hat, aber ja, in meinem Rettungsboot ist so eine Art Kiste, das stimmt schon. Das habe ich schon gesehen. Ich könnte hier hier ins Floßlager was reinpacken, das stimmt schon. Ich glaube, es ist ja nur zu faul. ah, okay. Okay, wartet. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal, wir könnten eine Fackel bauen. Wir brauchen diesen, ah, hier mache ich denn diesen Admin hier. Jetzt fehlt uns noch das Seil. Seil brauchen wir diese, diese, diese vier Blätter. Welche Blätter haben wir denn? Oh. Hier habe ich dann gerade gegessen. Apropos gegessen. Ja, am Krabbenfleisch. Allein wie er die, also sorry, wer programmiert das denn? Allein wie er die Lampe hält. Leute. Hier komme ich nicht durch, oder was? Man kennt es. Der undurchtrinkbare Busch. Auf der, auf der Insel. Okay, das Feuer macht hell, der Mond geht hoch. Das ist ein wunderschöner Sternenhimmel. Da kann man nichts zu sagen. Da ist jetzt, ich kann die aber nicht irgendwie, ne, dass ich Seile draus mache, oder so. Seil denn, wir hauen damit ja mit dem Messer nochmal drauf. Ah. Okay. Hier war noch irgendwo einer. Wie ich jetzt in der Nacht so gut sehe. Da. Wieso nicht genug Platz im Inventar? Ja, aber ich will das wegschmeißen. Oh. Und, Taschenlampe? Ah, da. Haben wir jetzt 3 Und Stock Also das mit dem Inventarplatz, das nervt, das nervt tierisch Kein Platz im Inventar, kein Platz im Inventar Ja, dann kannst du mich mal Zumal ich ja Platz im Inventar hatte Das Problem war bloß Ach ich brauche 2 von denen Also das Problem ist Er kommt nicht auf die Idee Die Ressourcen dann auszutauschen So, aber seine Axt Eine Palle und eine Axt Das ist keine Fledermäuse So, diese Musik hier Passt 0,0 Macht die Augen zu und stellt euch vor Ihr geht bei World of Warcraft mit den Blutelfen durchs Startgebiet Passt die Musik super Und ihr seid am Questen Stellt euch vor, ihr seid am Strand gelandet Und es läuft diese langsame Musik Passt überall, ne Okay, also es gibt schon mal Abzüge in der B-Note Tutorials, irgendwie nicht so knülle Steuerung und also Was alle anderen Survival-Spiele wirklich Okay, das Hornet ist ja schrecklich Was alle anderen Survival-Spiele sehr, sehr schön lösen Ja, oder wenn ich jetzt bei Siedler gerade Was baue Da käme auch drauf rum Die Blätter, ja die Blätter sind aber glaube ich genau hier irgendwo reingefallen Alter Oh, der hört euch die Musik an von Raft zum Beispiel Ist der Shit Ja, die ist der Shit Aber das hier ist Ja Auch der Shit, aber nicht im positiven Sinne Oh, ne Audio Danke Also wenn ein Soundtrack so gut ist, dass ich ihn ausschalten muss Das spricht für sich, ne Ähm Okay, was haben wir hier, eine Palme Wir sollen ja irgendwas bauen Fälle eine Palme Mit der Axt schneidet die Blätter Zu Palmwedel Aha Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder auf C gehe Unterschlupf, dann bräuchte ich das sogenannte Palmwedel Oder was Oh, wieder Seide, wo auch noch wieder Stöcke Und es ist wieder Ewigkeiten Dunkel Was zum Ah ja Ne, ich würde sie gerne Ach ja, das tolle Inventar ist schon wieder voll Ähm Was wollt ihr denn von mir? Ich bin noch am Leben Da ist ja Es ist ja vieles ganz anderes Spiel Aber auch das hat eine schönere Kribbik-Flair Und Es ist eine schöne Musik Und Wir sollen Unterschlupf bauen Alle haben Ich gehe mal nicht Ich werfe noch nicht so schnell die Flinte ins Coin Ja, wir bauen den Unterschlupf noch Das kriegen wir noch irgendwie hin Irgend Irgend Irgendwie Ähm Wartet mal C Da fehlen uns jetzt die Seile Und die Baumstämme Und für die Seile Okay, da hätten wir noch Einen Würden wir noch sammeln Darum ich auch diesen Baumstamm mit mir rumschleppe Das weiß auch nur der liebe Gott So, wir müssen noch so ein Setzling finden Hier, was ist das hier noch? Wahrscheinlich eine Kokosnuss von dem Äh Baum, den wir gerade gefällt haben Von der Palme Den brauchen wir noch Ich meine, einerseits Ja, es ist realistisch Dass ich nicht so viel mit mir rumtragen kann Das verstehe ich schon Andererseits Das Spiel muss halt auch Spaß machen Eine Pipi-Pflanze Äh Nehmen wir nicht Okay Ähm Dann Müssen wir jetzt C wieder Wir müssen jetzt ein Seil herstellen Da brauchen wir vier Stück für Wir haben zwei, ne? Ob die wieder nachgewachsen sind Oder ob wir woanders hinpaddeln müssen Kann mal einer von euch googeln Der noch dabei ist Ob das Spiel jetzt schon Released ist Stranded Deep Oder ob es Early Access noch ist Ist ja glaube ich Ganz, ganz wichtig Für mich noch zu wissen Okay Dann haben wir jetzt Äh Jetzt können wir hier auf C Nochmal ein Seil machen Ist auch so umständliches Menü Dass ich dafür in Untermenüs muss Und dann wieder hier klicken muss Und dann wieder ins Inventar muss Dass das alles nicht eins ist Also Arc zum Beispiel hat das doch sehr gut vorgemacht Ne? Es ist aus 2015 Das hat aber nichts zu heißen Das hat wirklich nichts zu heißen Also nur weil ein Spiel 2015 Äh In Early Access gegangen ist Heißt das nicht Dass es immer noch Äh Dass es Ja Geschlafen Heißt das nicht Dass Oh, oh, oh Special Effect Wird ins Grau wieder reingefadet Und gleich wieder rauszufaden Also Die haben hier Jetzt ist es ja noch dunkler als vorher Achso Weil Weil es vorher aus ist Die haben wirklich Keine Kosten und Mühen gescheut Bei dem Spiel Ups Ich habe mein Messer fallen lassen Ups Nein Ich habe die Taschen aber auch fallen lassen Äh Da war das Messer Ey Oh, ich stehe auf dem Unterschlupf Da ist das Feuer Ja, auch Spiele Wo man in der Nacht Ah, ich habe sie noch in der Hand Ah Spiele wo man auch in der Nacht So wenig sieht Die machen auch Spaß Anscheinend ist es nicht Beta Okay Jury Jäger Reicht ja schon Das müsste es glaube ich auch bei Steam geben Reicht ja schon Wenn du kurz bei Steam auf die Seite gehst Es steht ja dabei Ob es alle Exerse ist oder nicht Ich glaube es wird hell, oder? Baue einen Wasserdistiller Äh, Distillierer Fülle das Wasser mit Blablabla Aber ich sage es euch ganz ehrlich Da spiele ich doch lieber nochmal Araft Von vorne Also das hier ist gerade Ich weiß nicht Moment Problem ist halt auch Ich mag so Spiele im Koop lieber Ich mag so Spiele im Koop lieber Weil man sich dann gemeinsam Absprechen kann Unterstützen kann Ah, ich baue schon mal Das Gegengift Ich mache schon mal das Ah, ich mache mal eine Bandage Da kann man uns gegenseitig helfen Oder so So ganz alleine Ist das schon so ein bisschen öde Aber Subnautica Finde ich Hat das sehr gut gemacht Subnautica hat das Recht gut eingefangen Richtig gut eingefangen Und deswegen dachte ich Hey, warum nicht das hier mal probieren Weil Mit Subnautica Hatte ich großen Spaß Und freue mich auch auf den nächsten Teil Den habe ich ja schon gekauft Ich warte nur bis er wirklich released wird In diesem Jahr Ja, also sie haben sich ja schon angekündigt Dass es jetzt bald soweit ist Und Dann spiele ich das auf jeden Fall weiter Team sagt Early Access Ja, okay Wenn es Early Access ist Dann darf ich Darf ich keine so hohen Ansprüche haben Das muss ich jetzt hier noch sagen Weil Ich Mir gefällt das Menü nicht Mir gefällt das Tutorial nicht Dass ich hier so verschiedene Dinge habe Und Das hier durchgeklicke Und Zum Beispiel Dass das hier grau ist Und der Stein ist auch grau Ja Dass man es Zwar schon erkennt Aber erst auf den zweiten Blick Oder hier auch Also es ist auch noch visuell Ist es nicht ganz so gelungen Aber wie gesagt Wenn das hier alles noch Early Access ist Und die auch nochmal Die Musik überarbeiten Dann kann das Spiel Noch ganz gut werden Aber Mich holt es hier überhaupt nicht ab Hat er jetzt gespeichert oder nicht Mich holt es hier überhaupt nicht ab Und das ist hier ein Hobbyprojekt Ich spiele das Was mir Spaß macht Und Das macht mir keinen Spaß Deswegen höre ich jetzt auf Hier mit Cernity Bleibt mir streamt dabei Wer Bock hat Ich spiele noch was anderes Aber Das hier bringt mir nichts Ich lade das wahrscheinlich Als angefuchst dann hoch Auch wenn ich am Anfang Let's Fuchs gesagt habe Auf meinem Hauptkanal Mal so die ersten Eindrücke Von diesem Spiel Wie gesagt Es kann sein Dass das hier noch gut wird Und die im Early Access Noch viele rausholen werden Auch wenn es schon ewig da drin ist Ich möchte den Blick Dann jetzt nichts Schlechtes reden Aber Mir gefällt es an so vielen Stellen nicht Dass ich erstmal nicht weiterspiele Und vielleicht irgendwo nochmal reingucke Ich bin froh Dass der Epic Storm mir das Spiel Wie auch euch allen anderen Damals geschenkt hat Und ich so reingucken konnte So habe ich mir einen Eventuellen Fehlkauf Zumindest für den Moment erspart Aber wie gesagt Wenn es released wird irgendwann Und nochmal ganz gut wird Da gucke ich gerne nochmal rein Aber Jetzt ist an dieser Stelle Hier für Cernity Schluss Deswegen für alle Die das auf YouTube Nachgeschaut haben Bedanke ich mich Für eure Aufmerksamkeit Mein Name ist Vince Fuchs Und der nächsten Liste Stream oder Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal